Hallo und herzlich Willkommen auf unserer Aero 2020. Heute nicht vom Bodensee, sondern aus unserer Fertigungshalle hier bei Flyertrack. Ja, wir haben uns für euch was ausgedacht, wenn schon kein Aero nicht ist, weil das doch ein bisschen wehmütig ist, wenn wir nicht mit euch persönlich diskutieren können und haben gesagt, wir wollen euch wenigstens unsere Highlights für 2020 selber vorstellen. Auch unsere Kathrin, die ihr schon jahrelang kennt, aus unserer Technikberatung raus, aus unserem Sales raus, die euch immer supportet. Und zu meiner Rechten unsere Katharina, die die komplette Digital-Plattform betreut und euch mit Informationen immer versorgt. Was wollen wir machen? Das stellt euch jetzt unsere die Kathrin vor und was wir euch zeigen wollen. Wir wollen euch unsere Highlights 2020 vorstellen, unter anderem den FLT 120, den wir überarbeitet haben, unseren ganz neuen FLT 200 RC, der ferngesteuert ist und mit einer speziellen Aufnahme ausgestattet ist, die neue TBM-Aufnahme und wie man einen FLT 400 mit eDrive bedickt. Ja, das was euch erwartet in den nächsten Videos und wie, was wollen wir von euch, das erzählt euch unsere Katharina. Ich bin für die Zeit jetzt für sie da auf den ganzen sozialen Kanälen, wie Instagram, LinkedIn und Facebook. Natürlich auch per E-Mail zu erreichen. Also alle ihre Fragen gerne zu mir. Ich freue mich drauf. Ja, und das ist auch schon die Challenge. Ihr schreibt uns die Fragen. Wir wollen sie beantworten und ihnen vielleicht in einem Video auch zeigen. Und morgen stellen wir euch schon den neuen FLT 200 RC vor, mit einer ganz speziellen Aufnahme. Seid uns wohlgesonnen und wir freuen uns auf eure Fragen. Bis morgen. Tschüss! Tschüss!